Figa präsentiert seine Duschrinne Advantix Klee Viva. Empfohlen wird sie für bodengleiche Lösungen im Neubau oder bei einer Sanierung. Die Duschrinne hat einen auswechselbaren Designrost. Das Besondere an ihr, sie muss erst vor Ort passgenau abgelenkt werden und wird dann nur noch in den Fliesenverbund eingearbeitet. Das bringt natürlich mehr Flexibilität. Eine optionale Schaltschutzmatte verhindert zudem ungewollte Geräuschübertragung gemäß den Schaltschutzanforderungen DIN 4109 bzw. VDI 4100. Das Edelstahlprofil der Duschrinne Advantix Klee Viva ist in den Längen 800, 1000 und 1200 Millimeter erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017